Heute zeige ich dir ein weiteres Beispiel dafür, wie du einen modernen Pop-Vocal-Sound bekommst, indem du Bitcrusher, Vocal-Doubler und Flanger-Effekte miteinander kombinierst. Bleib dran! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernste Musikproduktion in Logic Pro. Diese Woche ist leider wahnsinnig viel los, deswegen kann ich nur ein kurzes, knackiges Video drehen und ich zeige dir in diesem Video eine Vocal-Chain für einen modernen Pop-Vocal-Sound. Wir hören einfach mal gleich ins Beispiel rein. Okay, was ich hier vorliegen habe, ist eine Stereo-Spur, weil er nämlich hier, die habe ich so bekommen, weil hier die Zweitstimme ein bisschen unüblich schon mit dabei ist. habe ich als Stereo-Spur so gekriegt und deswegen habe ich alle Effekte hier auch direkt reingeladen in den Kanalzug, in diese Stereo-Spur direkt, weil ich die Effekte wie zum Beispiel Delay hier nur direkt zuschalte. Also fangen wir mal an mit dem ersten Effekt, das ist der Tube-EQ und wenn ich den wieder zuschalte, dann hört sich das so an. Genau, das Wichtigste hier ist einfach dieser High-Boost bei 8K und da funktioniert der Pull-Tag-EQ, in dem Fall ist es der interne von Logic, funktioniert richtig cool hier. Du kriegst eine Luftigkeit, klingt fast ein bisschen übertrieben, aber für so einen modernen Pop-Vocal-Sound ist das optimal, meiner Meinung nach. Danach habe ich den Kompressor mit dazu genommen, auch hier nichts Besonderes, nur die Vocals einfach ein bisschen mehr nach vorne gebracht. Ich mache das hier nochmal. Ratio von 3 zu 1, ich habe hier den Vintage-EQ, äh, den Vintage-Compressor gewählt, von Logic selber auch. Funktioniert hier wunderbar und moderate Attack- und Release-Zeiten und das hat recht gut funktioniert gleich von Anfang an und so springen die Vocals dir noch ein bisschen mehr ins Gesicht und kannst dir ein bisschen weiter nach vorne holen. Dann kommen wir zum nächsten Effekt, das ist jetzt auch in diesem Fall direkt im Kanalzug, das ist das Delay. Habe ich auf Viertel eingestellt, links und rechts. Ich habe übrigens letzte Woche, vorletzte Woche ein Tutorial gemacht über Logic's interne Delays. Da zeige ich dir alle Parameter, auch von diesem Delay und wie man es einstellen kann. Also ein Viertel links, ein Viertel rechts vom Stereo-Delay und ich habe hier dieses, äh, linke, diese linke, äh, Delay-Linie, ähm, Delay-Line habe ich ein bisschen noch weiter nach hinten verschoben, sodass es ein bisschen später kommt als ein Viertel, sodass es also nicht ganz gerade ist. Und hören wir uns mal an, wie das klingt, wenn ich das zuschalte. Also so wabernde Delay-Effekte, die kommen ganz gut, das habe ich jetzt noch nicht automatisiert. Das kann man jetzt hier ganz gut ein- und ausschalten, weil es direkt im Kanalzug ist. Ich würde einfach eine Automation machen auf bestimmte Wörter, oder wenn eine Phrase zu Ende ist, dann kann ich das Delay zuschalten und kann das so ein bisschen rumwabern lassen. Dann kommen wir zum nächsten Effekt und das ist ein Bitcrusher. Ich erkläre dir gleich, wie der funktioniert. Ich schalte ihn aber erstmal zu. Zu einem Bitcrusher kannst du dein Signal einfach ein bisschen schlechter machen, um es mal grob auszudrücken. Über Drive kann ich die Verstärkung des Eingangssignals bestimmen. Mit Resolution kann ich die Anzahl der Samplingfehler einstellen. Also weniger, dann gibt es mehr Samplingfehler und mehr, dann wird es wieder besser, das Signal. Okay. Also je weiter ich mit dem Bit nach unten gehe, desto schlechter wird das Signal. Und bei der Resolution, wenn du ganz nach unten gehst, dann verzerrt es praktisch fast schon. Downsampling reduziert die Sample Rate und mit Mix kann ich festlegen, wie stark ich es zumischen möchte. Ja, ich kann also den Mix jetzt hier nochmal runterfahren. Ohne. Du hörst auch ein Rauschen, das dazu gemischt wird. Und also das dazu kommt durch diesen Bitcrusher. Ich finde das ganz gut für diesen modernen Vocal-Effekt, weil es die Stimme so ein bisschen künstlicher macht. Und das klingt ganz gut. Das ist also ein Effekt, um die Stimme ein bisschen künstlicher zu machen, in Verbindung jetzt aber mit anderen Effekten, die jetzt noch kommen. Das ist in dem Fall der Flanger, den erkläre ich dir auch kurz. Mit der Rate bestimmst du die Geschwindigkeit der LFO-Modulation, mit der Intensity den Umfang der Modulation, mit dem Feedback den Anteil des Effektsignals und mit dem Mix kannst du trockenes Signal und behandeltes Signal, sage ich mal, dazu mischen. Ich schalte den einfach mal dazu und spiele ein bisschen damit rum, dass du den Effekt genau anhören kannst. Ich schalte zu. Zu extrem jetzt. Und ich habe beim Feedback jetzt in dem Fall sogar Minuswerte eingegeben, weil er direkt im Kanalzug hängt, der Flanger. Und somit möchte ich natürlich nicht so viel, weil sonst wird es zu extrem, ja. Ich schalte nochmal Bitcrusher und Flanger zu, damit du hörst, wie wir das Signal damit oder die Stimme damit so ein bisschen künstlicher, also moderner machen. Und auch durch diesen Flanger drückst du zusätzlich noch die Stimme ein bisschen angenehmer oder weiter nach hinten in den Mix. Da sitzt sie besser in den Mix. So ein Chorus- oder Flanger-Effekt ist dazu immer noch ganz gut. Arbeitsschritt Nummer drei, um die Stimme künstlicher, also moderner zu machen und ein bisschen unmenschlicher wirken zu lassen, ist der Ensemble-Effekt. Hier kannst du bis zu acht Chorus-Effekte miteinander kombinieren. Ich habe jetzt sieben Voices ausgewählt. Ich habe die Stimme insgesamt noch ein bisschen breiter gezogen. Auch direkt im Kanalzug ist eine Stereo-Spur. Und habe es dann einfach so dazu gemischt. Schalte ich jetzt auch nochmal dazu. Ist jetzt schon relativ stark, also mit dem Flanger-Effekt und dem Chorus-Effekt ähnliche Effekte. Aber so ist es jetzt schon relativ extrem, hört sich aber schon ganz modern an. Jetzt Solo vielleicht ein bisschen zu krass, ja, aber im Mix gleich wirst du hören, passt das wunderbar. Okay, ich mache nochmal ohne und mit und dann nochmal hören wir es nochmal im Mix an, wie das Ganze klingt hier, die Signalkette. Ich finde es ganz gut gelungen und speziell die Kombination aus Beat Crusher, der die Vocals sehr schärfer macht. In Zusammenspiel mit Flanger und Ensemble, was Flanger- und Chorus-Effekte sind, die die Stimme eigentlich ein bisschen genehmer machen, kriegst du auch jetzt hier übrigens nur durch Logic-Effekte, sind nur interne Logic-Effekte, kriegst du einen guten, modernen Pop-Vocalsound hin, wenn du ein bisschen damit rumspielst. Wenn du nicht nur einen guten Vocalsound hinbekommen möchtest, sondern auch insgesamt beim Mixing besser werden möchtest, dann empfehle ich dir die zwölf wichtigsten Mixing-Tipps. Die habe ich dir unten als PDF im ersten Kommentar angepinnt. Die zwölf wichtigsten Mixing-Tipps, die du auf jeden Fall dir ausdrucken und beachten solltest, damit deine Mixe besser werden, kannst du unten im ersten Kommentar runterladen und anschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über einen Kommentar. Im besten Fall über neuen Abonnenten und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!